Sadismus ist eine organisierte Gewaltpraxis, ein pornografisches Genre und eine Möglichkeit im Gebrauch der Lüste. Mit den für Uneingeweihte, durchaus irritierenden Rollenspielen des sogenannten Pet Play von Pet and Owner, im DS von Dome und Sub, im Fandom von Herren und Sklave, besetzt die BDSM-Kultur koloniale Beziehungsgefüge mit neuer sexueller Energie und Praktiken des Konsent. Bondage and Discipline, Dominance and Submission, Sadismus und Masochismus greifen auf Körperstrafen, Sprech- und Bildakte aus der ersten Aufstiegsphase des globalen Kapitalismus zurück, der irreduzibel verknüpft war mit der transatlantischen Versklavung. Menschenkäfige, Fessel und Peitsche bilden zudem das dingliche Inventar pornografischer Formate im symptomatischen Zuschnitt von Zeigen und Verbergen.